Welcome to Cronys YouTube Channel. Leave your like. Yo, wunderschönen Gutenberg, meine Schwulen, ich bin der Cronys hier am Start und yo Männer, heute werden wir auf jeden Fall CSGO Casino ein bisschen ballern, zusammen mit dem Beauty YouTuber Bob Taylor. Joho. Genau, der Boy, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal vorbeichecken, euch den ein oder anderen Schminktipp abholen, ja, der weiß auf jeden Fall das ein oder andere gut anzufangen mit der Milch in der Badewanne, ja. Und er darf heute aussuchen, was wir machen. Hier gibt's Crash und Roulette und wir werden heute das setzen, was er sagt. Er hat auch Kohle aufgeladen und kann auch aktiv mitsetzen, ja. Wie viel hast du denn drauf? Ich hab 85. Du? Ja, 20. Na gut, dann würde ich sagen, versuchen wir das mal zu verdreifachen, oder? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Roulette an, weil Crash gerade so kacke ist. Ja, Crash ist gerade die letzten zwei mal gut gelaufen, gell? Ja. Ist natürlich ein Taktiker hier, ja? Ja. Merkt man schon von seinen Schminkvideos aus, ist er hier taktisch im Vorteil? Also ich setz dann ein Zehntel von meinem Guthaben. Ein Zehntel von deinem Guthaben? Auf Rot mach ich. Okay, dann mach ich 8000 auf Rot. Ein Zehntel von seinem Guthaben, ja. Da musst du ja erstmal kurz ein bisschen rechnen. Aber wir haben ja 8000 auf Rot und hoffen natürlich, dass wir da die Nummer nach Hause holen. Auf Rot, ja. War vorher viermal Rot, einmal Schwarz. Bis du hier im Pattern lesen, sagst du? Vielleicht. Vielleicht. Können die Pattern hier gelesen werden, ist die Frage. Aber 30 Sekunden hier vom Roll warten, ist schon ein bisschen langer. Ja, das ist ein bisschen langer, Tatsache. Äh? Bei mir rollt's jetzt schon. Bei mir rollt's auch. Und wir haben die 7. Ja. Wir haben die 7. Nice. 8$ Gewinn. Ja, hat es nicht bei 0 gerollt? Muss ich nachher mal in der Aufnahme gucken. Ne, ne. Da waren noch 8 Sekunden oder so. Okay. Ich verdoppel jetzt mein Gewinn nochmal auf Rot. Was? Also 4.000 auf Rot mache ich. Alter. Da muss ich ja 16.000 auf Rot. 16$ auf Rot, ich hoffe. Du hast gesagt, wir wollen irgendwie verdreifachen. Ja, ja. Das stimmt, Digga. Das stimmt. Ja, der Pop ist hier auf jeden Fall ordentlich am Rulern. Also bei mir ist jetzt 2, 1, 0. Bei mir ist es noch 10 Sekunden. Echt? Der backt bei deiner Zeit irgendwas rum. Komm, bitte Rot. Ne, sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus, oder? Komm, ein Stück. Nein! Digga. Weg vom Roulette. Weg vom Roulette, sagst du was. Na gut. Jetzt kommt hier bei mir. Checking your Browser before, bla bla bla. Na gut. Okay. Wie schaut da unser Plan aus? Oh, jetzt geht es schon wieder so hoch. Wie ist das Scheiße? Mann. Ja, machen wir einfach 2.000 und dann AutoCashout 2. 2.000, dann mache ich wieder 8.000. Okay. AutoCashout 2. Ist eingeloggt. Der letzte Roll war halt schon auf 9. Ja, Mann. War perfekt. So dreimal low, dreimal hoch. Letzte Runde ist aber leider nicht mehr reingekommen. Das wäre echt nice gewesen. Sicher AutoCashout 2? Ja. Oder wollen wir immer richtig hochklettern? Ne, erstmal nicht. Ich habe AutoCashout auf jeden Fall drinne. Komm, die 2 kriegen wir, die 2 kriegen wir, die 2 kriegen wir, die 2 haben wir. Ja, halt, stopp, stopp, nicht so hoch. Halt, halt, halt. Halt. Crash doch mal, du scheißding. Hallo. Ne. Was soll das? Digga, es klettert immer weiter. Es klettert einfach weiter. Ja, gut. Da hätten wir auch auf mal 5 gehen können, aber weiß man ja nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zur Roulette, weil... Es ist hier ein fliegender Wechsel. Es ist zu hoch. Es ist echt zu hoch, ja. Ja, komm, gehen wir einfach direkt rüber, oder? Wollen wir gar nicht sehen, wie weit es geht. Ne, wollen wir nicht sehen. Dann machen wir es nur salzig. So, was machen wir? Ah, believen wir in grün? Ja, du sagst an. Ja, grün. Wie viel? Ja, ich setze immer 2.000, außer wenn ich was anderes sage. Ja, toll. 8.000 auf grün. Wäre auf jeden Fall lecker. Und Bob seine Gambling-Tactics hier. Sollten sie funktionieren, vermiete ich ihn auch gerne, ja. Könnt ihr ihm mieten. 50 Dollar die Stunde. Ist, denke ich, ein fairer Preis. Ja, ja. Damit ich euch dann 10 Dollar Skins gewinnen kann. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt Murmelschreicheln angesagt. Murmelschreicheln für grün. Das wird gar nichts, Alter. Das wird gar nichts. Komm, nochmal. Nochmal? Einmal noch, ja. Okay. Wir believen. Wie ist die Zeit bei dir? Bei mir ist das 25? 24? 25? 25? Ja, bei mir ist das auch nicht eine Sekunde. Also, die Sekunden gehen runter, aber das ist länger als eine Sekunde. Okay. Komisch, komisch. Warum das bei dir komisch eingestellt ist? Ich weiß es nicht. So, jetzt ein geschmeidiges Grün. Wann geht's los? Jetzt, oder? Jetzt. Jetzt geht's los, ja. Rolling? Komm, jetzt. Och, Mann. Oh, Mann. Wird wieder nix, Alter. Okay, dann machen wir 4.000 auf Rot. Und nix auf grün, Digga. Wenn jetzt grün kommt, dann sind wir am Arsch. Kommt nicht. Nee, nee. Jetzt sind wir so mad, wenn jetzt nicht grün kommt. Also, wenn jetzt grün kommt, meinst du? Ja, ja, mein ich. Ich geh nochmal 8.000 auf grün. Oh, Gott. Bist du verrückt. Und 24.000 auf rot. Oh, Junge. Ich dachte, ich entscheide. Ja, ja. Scheiße, da hab ich geschummelt, Alter. Jetzt kommt eh schwarz, weil du schummelst. Ja, Digga. Jetzt kommt wahrscheinlich schwarz, weil ich schummel. Oh, komm. Nein. Oh, Gott. Ich komm. So, jetzt ist ein richtig Crash-Game. Oh, fuck. Da hab ich geschummelt, Alter. Jetzt hab ich auch noch 37. Ah. Okay. Auto Cashout. Auf 8 noch nicht. Auf geht's. Und wie viel? Auf 8 Auto Cashout. Okay. Wow. 8.000, ja? Ah, mit 2.000. Ja, ja. Aber ich mit 8.000. Fuck, Alter. Ich hab grad geschummelt und hab da 16. 24 Dollar verloren. 24 Dollar, weil ich geschummelt hab, Alter. Bitte. Komm, jetzt auf 8. Das wär echt ultra, ultra lecker. Alter, wir sind schon auf fast 3. Komm, das könnte was werden, Alter. Bitte, 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 bitte. Jetzt dreht sich's immer schneller. Komm, weiter hoch, weiter hoch. Oh, fuck. Ich bin gleich Bruch, Alter. Ich hab noch 29 Dollar. Okay, wir machen jetzt einmal ohne Auto Cashout. Oh, und du entscheidest, wenn du rausgehst? Nee, jeder entscheidet für sich, wenn du rausgehst. Oh, Gott, Alter. Fuck, ich bin gleich Bruch. Wenn ich das verliere, hab ich noch 21 Dollar. Komm, Alter. Ich will jetzt, dass das mal richtig hochzappelt. Dass das mal richtig... Alter. Ja, nochmal, oder? Ja. Ja, bald hab ich auf jeden Fall nicht. Wie viel hast du noch? Ach, also nach eben noch 6.500. Ich hab noch 13 Dollar danach, Alter. Fuck, bei 85 angefangen. Ich glaub, das nimmt hier kein gutes Ende, Boys. Komm, bitte, 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 bitte. Geh mal ordentlich hoch jetzt hier. Geh mal ordentlich hoch. Oh, jetzt hat er 90.000 gesetzt und geht's hier direkt wieder raus, Alter. Komm, wir wollen keine 16 Dollar eigentlich. Wir wollen jetzt mal ein bisschen was zurückgewinnen. Komm, belieben wir jetzt auf 8, oder? Also, 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 ich würde 16 Dollar nur. Also, du bist jetzt schon raus, oder was? Ja. Ach, Mann, Dicke. Egal, komm, komm, wir gehen zurück zur Roulette. Alter, ich hab nur noch 13.000. Was, machen wir? Naja, nach dem. Wehe, jetzt kommt Grün. Oh, fuck, Alter, ich hab nur noch 13.000, Mann. Ich bin gleich Broke. Ich bin gleich Broke. Ich bin gleich Broke. Ich setz nochmal 2.000 auf grün. Jetzt muss es aber grün werden, sonst ist das Video gleich vorbei. Jetzt muss es auf jeden Fall grün werden. Bitte, Mann. Ich hab meine letzten Videos nur fucking Minus gemacht. Hier das fucking Video. Auf der rechten Seite hab ich noch kein Plus verbuchen können. Alles nur Minus. Ja, seht ihr, Freunde, ihr solltet nicht gambeln. Ihr solltet nicht gambeln. Rechte Seite nur Minus gemacht. Kein einziges Mal Plus verbuchen können. Ist auf jeden Fall nicht sexuell. Auf geht's jetzt. Grün. Jetzt bitte grün, Alter. Eins und go. Bitte. Ach, Mann. Gott. Ich hab jetzt nur noch 5.000. Oh, Gott. Was machen wir mit dem letzten Mal all in? Ja, ne, warte mal. Komm, warte. Ich warte kurz ab, wie hoch Crash Game geht. Wenn nicht, wenn nicht gehen wir all in Crash Game, oder? Ja, mir ist egal, wie du willst. Ich hab schon einmal geschummelt und wurde dafür hart in den Arsch gekickt. Halt, stop, Crash Game. Ja, okay, wir gehen rein. Auto Cashout oder so? Komm, fünf Auto Cashout. Fünf, Digga, das wäre noch nicht mal viel. Das ist ja nett, ich kann mal wieder 25 Dollar. Aber es wäre was, damit könnte man wieder arbeiten, ja? Man könnte da... Loll. Loll. Ja. Ja, okay. Da wurden wir auf jeden Fall in den Arsch gefickt, Freunde. Ordentlich hinten in den Arsch gefickt. Boah, Alter, so ging ja noch, aber am Ende halt richtig, so. Ja, richtig hinten reingeballert, Alter. Ja, gut, Freunde. Ich sag du Spider-Man. Schaut euch Bob seine Beauty-Videos an und Schlusswort geht auch an den Kollegen. Ja, haut rein und grüßt sie nettig. Oh, die Banane, Digga, die hat natürlich Swag. Aber guck mal hier unten, Alter, was für geile ist. Aber der Crown ist auch grad gesehen. Boah, guck mal, die Fire Serpent oder der Clutch. Oder Haul. Ja, Alter, die Fire Serpent finde ich extrem geil. Oder die Pizza. Auf der Pizza steht einfach RIP. Auf der Pizza steht einfach RIP. Ja, leck mich am Arsch. Ist das cool. Die wollen wir auf jeden Fall, die Pizza. Komm, Pizza. Wir holen die Pizza. Ey, easy, easy wollen wir hier. Gibt mir ne Pizza. Ja, Tai, das ist nicht die Pizza. Der Real MVP. Schade, ist nicht die Pizza. Wenn du das Graffiti hast, dann musst du damit zum Gegner spawnen gehen. Ja, Digga. Safe.